Und mal so zwischendurch mal schießen, ob's da vielleicht noch was zu holen gibt. Autobatterie hat er als Lebensenergie, auch nicht schlecht. Ähm. Wie komm ich jetzt wieder raus? Der hat keinen Fallschirm. Ähm. Hallo? Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme, das ist doch nicht dein Ernst jetzt, oder? Da muss es doch einen Weg geben, das ist ohne Scheiß. Machen wir den nicht fertig. Weil da ist ein Roboter, das wäre dem wahrscheinlich auch Weltraum scheißegal, aber... Ich hab keine Möglichkeit zu zählen, irgendwie großartig. Ähm. Kamera kann ich drehen, das ist nett. Hm. Ah. Okay, ich hab nix gesagt. Ja, 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 komm. Geh mich auf den Sack. Aber wofen scheint es hier in der Tat genug zu geben. So, dann gehen wir jetzt mal auf die andere Seite. Sieht's halt damit eigentlich aus. Okay, da ist keine Wand, ich zerstören kann. So, da ist schon ne Tür. Badam. So, dann schauen wir mal hier rein. Ja, komm. Geh mir in Ruhe. Also hier ist auf jeden Fall der bessere Kampfverschiede als der Kurt. Wobei der Kurt natürlich auch schon nicht schlecht ist. Ne, nochmal ne Waffe, was ist das jetzt? Ne Schrotschlinte. Geil. Das ist aber wirklich ne nice Idee, dass man jetzt hier quasi ne Kombination aus vier Waffen immer hat. Was geht mit dir, Junge? Pups, Aliens. Aber die haben ja noch gar nichts getan. Warum bin ich denn hier am Abschlachten erst? Man kann's ja nicht anders sagen. Das ist ja wirklich Abschlachten. So, okay. Nehmen wir die nächste Waffe, komm. Was kostet die Welt? Normale Wacken will ich immer mit dem Mann haben. Sollten mal alle drei anderen Waffen nämlich ausgehen. Hab ich so ein bisschen Feuerkraft, wenigstens noch. So. Wie viele Arme hab ich? Okay, das geht leider nicht mehr. Was? Was? Hä? Warum ist hier Alarm? Ich hab's doch alle getötet, oder nicht? Achso. So. Oh, the fuck! Okay, damit hab ich nicht gerechnet. Okay. Wow, 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 wow. Okay, mit Schwerfen geht's auf jeden Fall klar. Ozi, Ozi, Ozi. Alles voller Waffen, da unten. Geil. Töte es! Oh, was ist das? Leben. Oh, ich lebe. Oh! Du Penner! Oh, es bohrt jetzt endlos, oder was? Was ist ein Schwachflug. Wahrscheinlich bis der Alarm... AA-Batterie. Das ist wahrscheinlich jetzt nur eine kleine Heilung. Bis der Alarm wahrscheinlich deaktiviert ist. Was war das jetzt? Ich hab keine Ahnung, was ich hier die ganze Zeit mach, um ehrlich zu sein, ne? Ich lauf einfach rum und schieße. Und hoffe, dass es gut wird. Und bisher ist es ganz gut. Ah, die Waffe noch respawned. Das ist echt gut. Okay, geh nochmal auf die andere Seite. Das ist der Spawnraum. Da muss ich nicht hin. Ah, töte es! Sehr schön. Ich frage so, was haben wir es jetzt gebracht? Außer, dass es jetzt ganz viele Gegner sind. Den Turm da oben kann ich natürlich nicht zerstören, geh ich mal von aus, oder? Noch ein bisschen Energie. Ach, guck mal, da hinten. Da ist jetzt wieder eine Tür, die ich zerstören darf. Wie durch! Dankeschön. Jetzt hab ich nur Uzi's, weniger Magnums. Checkpoint. Ach, okay. Ich muss erst mal meinen Daumen kurz ausruhen. Ja, mit dem Steuerkraut spielen, das tut ganz schön weh nach der Zeit. So. Komm! Stirb! Was zum Teufel war das für ein Geräusch? So, okay. Jetzt haben wir wieder vier Waffen am Mann. Natürlich ist es Munitionsverschwendung, ne? Wenn ich jetzt hier immer mit allen vier Waffen die Türen kaputt mache. Und zwar absolute Munitionsverschwendung. Aber ist halt so. Dann gibt's aber nochmal zwei neue Waffen direkt. Perfekt. Was ist das? Noch eine Uzi. Noch eine Uzi. Er macht Bock mit dem. Glücklich. So. Das ist ja aber auch immer von hinten und von vorne kommen müssen, die Säcke, ne? Das ist ein Skandal. Alter, wie der von Nieder gemäht wäre, ne? Das ist eigentlich schon verwerflich. Mehr als das. Nervt mich doch bitte nicht. Was wollt ihr denn von mir? Was ich von mir wollte, ist klar. Mein Tod wahrscheinlich. So. Wie viel Blut ausspratzt, ne? Schön übertrieben. Als anderes hab ich nicht erwartet. Ja. Geh mich auf und sag mir deine Alarme lang. Scheiße. Uiuiuiui. Ihr trefft mich nicht. Ihr trefft mich nicht. Trefft mich ja tatsächlich nicht. Wow. Nennt mich Neo. Au. Scheiße. Hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Das Alarmgeräusch macht doch überhaupt nicht verrückt, ne? Nein, nein. Ich seh da doch schon wieder irgendwelche Raumschiff-Kacke. Ah, und das hier ist auch so klassisch MDK. Große, breite Areale. Wo man kämpfen darf. Kommt da wahrscheinlich nochmal ein Panzer oder sowas. Was ist das? Uzi. 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 Unser größtes Kino hier in Duisburg. Ist halt Uzi. So ein bisschen in der Stadtmitte. So. Wunderbar. So, so ein paar Sachen, die ich hier zerstören muss wahrscheinlich. Ah, so ein Brunnen. Ha! Ich wusste es doch. Ich nehm sie mal Brunnen. Oder an der ist es, wie gesagt. Ich sag mal, sammeln. So. Hallöchen. Oh, ne Waffe. Die Uzi ist gut. Die gefällt mir. Macht gut Schaden offensichtlich. Ist hier noch irgendjemand? Wahrscheinlich vorne können noch ein paar von den Brunnen sein. Irgendwann in Gegner-Respawn-Applikation. Ja, Waffen kommen immer. Waffen gehen immer vor allem. So, wenn es da nämlich runter geht. Könnte da durchaus was sein. Hm. Aber ich seh nichts mehr. Versuchen wir mal weiter zu kommen. Ah, haha. So sind die hier ausgerichtet, okay. Dann hab ich nichts gesagt. Hm, hm, hm. Ah, Nase. Also einer wird hier auf jeden Fall noch sein. Das tut mir schon ein bisschen leid fast, ne? Die niedergeschmetzelt werden. Ne, ich find keinen mehr. Dann gehen wir weiter. Ach, da hinten ist es jetzt glaub ich auch grün. Aber es war glaub ich vorher nicht grün. In weitere, weitere Ferne. Interess mich nicht. Niemals. Was, die ziehen die Jungs da eigentlich? Darf ich noch mehr Waffen nehmen? Nein. Leid ja nicht. Also ist auf jeden Fall drei Lämpchen dran. Ah, ist offen. Sehr gut. So. Oh, mein Daumen, ne? Echt. Steuerkreuzsteuerung. Muss man sich erst bei mir dran gewöhnen, ey. Automatisch speichern. Gimmick. Ich hab Gimmicks. Ah, Jetpack, was? Ah. Nice. Ist hier wahrscheinlich wie eine Tankstelle oder sowas, denk ich mal, ne? Leben, ja. Nehmen wir mal mit. Was zum? Was? Achso. Okay, jetzt hab ich's verstanden. Das ist lehbräunig. Und ne Magnum. Was soll ich? Achso, okay. Nein. Dankeschön. Oh nein, ich hatte das letztlich wieder auf vielleicht. Ich will noch ne Tankstelle bitte haben. Ach! Nein, nicht! Ach, du bist doch dämig. Ich mag das, wie er etwas bezieht, er so rumspratzt. Gefällt mir. So, hüp. Dankeschön. So. Jetzt zufrieden. Jetzt ist auf der anderen Seite auch noch einer hier, ne? Oder? Nö. Also warum gehst du nicht hier auf, du Sack? Lass mich einfach in Ruhe. Ich glaube, ich komme nicht damit hoch, oder? Nein! Ich spreche das aus. Ach, fuck you, mit deiner Scheiß-Fallschaden-Mist. Okay. Also nochmal auftanken. Nein, das war ja, das war ja, das war keine Tankstelle. Das war geplant, ich wollte genau, ich wollte Energie einsammeln. Kann ich nicht so ein bisschen überladen oder so, ey? Das ist echt wenig Sprit, was ich hab. Und dafür hab ich jetzt schon fast die Hälfte gebraucht. Nein, das sind glaube ich nur 80 gewesen, ne? Ja, okay. So, okay. Buh! Achso, okay. Nichts gesagt. Okay, mein Jetpack ist weg. Waffe! So, weg mit dir. Okay. Oh, ich hab nur noch zwei in der Hand, seh ich grad. Soll aber kein Problem sein. Nein, warum rutscht ich denn da runter? Idiot! Idiot! Dilettant! Achso, scheiße. Nein, 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 nein! Oh, ist er ganz schön nicht getan. Ich vergesse das immer. Warum hab ich doch falsch, Charles? Ist doch dämlich. Ping, 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 ping. Okay. Puh, hu! Ist aber cool, das Spiel bisher. Echt? Macht voll Bock. Ne? Schön abwechslungsreich. Verschiedene Charaktere. Mit den Waffen, das ist cool. Mit dem Jetpack ist cool. Gefällt mir bisher richtig gut, so vom aller, aller, aller ersten Eindruck. Ja, es war natürlich vielleicht nicht so clever, jetzt natürlich wieder den zu nehmen. Wer schießt denn hier auf mich? Von oben wahrscheinlich, ne? Gucken wir mal, ob wir zur Tankstelle gesprungen kommen. Es könnte eine knappe Geschichte werden. Aber mit festhalten vielleicht. Dein! Ich muss nicht tanke jetzt. Da ist sie, ne? Okay. Ich will mir das nur merken. da. Ja. Ja. Ja, super, Dennis. Toll gemacht. Ah, ich habe jetzt so viel Energie verloren, nur durch meine eigene Doofheit, ne? Traurig. Was heißt, hier so muss das sein? Ups, falsche, falsche Knopf. Nein! Na komm, wir tanken nochmal neu auf. Hier tanken sie auf. Dea war das. Gibt es die Dea Tankstelle noch? Ich weiß gar nicht. Da gab es sogar ziemlich viel Werbung damals von Dea. Und hoch hinaus! Ja! Dankeschön. Jetzt kam die einfach mal im Hobel. Auto-Batterie! Sehr, sehr schön. Wirklich, das konnte ich gut gebrochen, Energie. Ich hau die auf die Fresse! Ich hau die, oder du haust mir auf die Fresse! Ich hau die aber auch! So! Da guckst du jetzt nämlich blöd, ne? Affe!